Hallo, ich bin die Vicky aus der Kinderbetreuung. Wir haben hier eine staatlich anerkannte Kinderbetreuung mit immer jeweils zwei Mitarbeitern vor Ort. Bei uns ist es so, wir haben Kinder von 0 bis 6 Jahren bei uns hier. Natürlich kann man auch mal drüber hinausgehen, aber an sich ist es so ein bisschen die Grenze bei uns. Und wir haben immer mehr vormittags offen, auch nachmittags zwei Tage, Mittwoch und Samstag. Und ja, so schaut die Kinderbetreuung bei uns hier aus. Wir spielen hier mit unseren Kindern. Wir essen auch hier mit unseren Kindern, wenn sie das möchten. Also kann man immer irgendwie eine Kleinigkeit zum Essen mitnehmen. Und ja, wir machen alles, was das Herz begehrt mit den kleinen Kindern hier. Also seid ihr herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Und ja, meldet euch einfach bei uns.